Egal ob Hund, Katze oder Pferd, das Haustier ist ein festes Familienmitglied, das nicht mehr wegzudenken ist. Doch auch Tiere können krank werden und Tierarztrechnungen sind oftmals sehr hoch. Viele Familien können die Kosten nicht aufbringen und müssen sich von ihrem geliebten Tier trennen. Doch das muss nicht sein. Damit eine Behandlung des Haustieres nicht am Geld scheitern muss, gibt es die Tierkrankenversicherung. Hier können Hunde, Katzen und Pferde versichert werden. So kann die Familie sich komplett auf die Genesung ihres geliebten Tieres konzentrieren. Die Tierkrankenversicherung der Allianz übernimmt die Kosten für eine Operation im Falle einer Krankheit oder eines Unfalls. Der Selbstbehalt kann dabei frei gewählt werden. Zudem kann durch die Auswahl zwischen den vier Tarifen Basis, Smart, Komfort und Premium der Versicherungsschutz individuell auf die Bedürfnisse der Besitzer angepasst werden. Insbesondere der Baustein Heilbehandlungs- und Vorsorgeschutz ist eine sinnvolle Ergänzung, wenn das Tier nicht nur bei Operationen, sondern auch bei allen weiteren Krankheiten und Behandlungen abgesichert sein soll. Damit können beispielsweise Medikamentenkosten ohne vorherige Operation erstattet werden. Die Tierkrankenversicherung der Allianz. Jetzt digital abschließen. Wir sind für Sie da. Persönlich. Digital.